Oh bitte, lieber Fußballgott, bitte, bitte gib mir einen Transfer, ich habe lang genug gewartet, bitte, der HSV braucht Verstärkungen, auf jeden Fall der Innenverteidigung, bitte gib mir einen neuen Spieler und Bolt hat mich erhört, ja, es wird eine Laie kommen, ein Leihspieler wird zum HSV stoßen bis zum Ende dieser Saison, ob es eine Kaufoption noch gibt, das weiß man noch nicht, ich denke mal schon, denn der Spieler ist nicht gesetzt im Verein und die Rede ist natürlich von Patrick Pfeiffer nicht. Denn Bolt dachte sich so, ach, Innenverteidigung, das ist ja unser geringstes Problem, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Flügelspieler und hat sich jetzt mit Okugawa verstärkt, denn der ist bei Augsburg außen vor nach seiner schweren Verletzung, Schlüsselbeinbruch, hat er einfach keine Spiele mehr getätigt, hat insgesamt nur zwei Spiele in seiner Vita beim FC Augsburg, ist mit 27,2 im besten Fußballeralter, aber dieser Wechsel ist ein bisschen, ja, schwierig zu bewerten, denn man weiß eigentlich nicht, was man bekommt. Das Wichtigste zuerst, er kennt unseren Trainer, er weiß genau, womit das zu tun hat, worauf er sich einlässt, denn 2018 hat er unter ihm gespielt, da war noch, ja, Tim Walter, Trainer von Holstein Kiel. Er hat auch eigentlich solide in Kiel gespielt, hat halt oftmals auf der linken Außenbahn für Unruhe gesorgt und, ja, Tim Walter hat ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut eingesetzt, denn seine Statistik liest sich gar nicht mal so schlecht. Dann ist er ja zu Bielefeld gewechselt, ist zu einem Leistungsträger richtig geworden, ist dann abgestiegen mit Bielefeld, dann hat man sich natürlich bedient an den besten Bielefelder Spielern. Wir haben Ramos geholt, wo ich ja auch sehr, sehr glücklich bin und eben Augsburg hat Okugawa verpflichtet, aber der hatte wirklich sehr, sehr viel Pech, Schlüsselbeinbruch, immer wieder Fußverletzungen und was mir wirklich, wirklich Bauschmerzen bereitet, er hatte sein letztes Spiel im Oktober. Er war dann wieder spielberechtigt, aber er war nicht mehr im Kader, war auch nicht mehr gesetzt, das heißt, er hat wirklich Trainingsrückstände und da muss ich wirklich sagen, ob das jetzt gleich eine Verstärkung wird, ich, ich bezweifle es. Doch was spricht eigentlich für Okugawa? Mit 27 Jahren ist er im besten Fußballeralter, ja, kann auf jeden Fall der Mannschaft auch weiterhelfen, hat ein bisschen mehr Erfahrung als die jungen Burschen bei uns beim HSV und Erfahrung ist er eigentlich immer gut. Gut, dann ist er eben, er ist irgendwie für mich der bessere Dompeh, mit 1,77 ist er nicht der Größte, aber er ist flink, er hat auch eine feine Technik, kann den Gegner stehen lassen, dribbeln und sowas brauchen wir auf den Flügeln. Leute, die sicher am Ball sind, denn mit Yatta haben wir sowas nicht und er ist einfach für mich der bessere Dompeh, weil er auch bessere Flanken schlagen kann, genau das fehlt ja dem HSV. Vielleicht kann er auch mal ein paar Tipps geben, weil ich habe ein paar Flankenspielen sehen und die waren, ja, ganz anders als die, die ich beim HSV gesehen habe, aber Vorsicht, denn beim HSV passen sich ja oftmals die Spieler an und könnte sein, dass wir ihn die ersten zwei, drei Spiele richtig gut sehen, richtig geile Flankenschlangen sehen und danach, ja, macht er denselben Scheiß wie ein Yatta und Co. Außerdem kannst du Okugawa eigentlich überall hinsetzen im offensiven Bereich, denn er hat jede Position schon einmal gespielt, also Sturm kann er auch zur Not mal spielen, Flügel, dann natürlich als offensiver Mittelfeldspieler, er kann eigentlich jede Position da vorne ausfüllen, denn er ist variabel einsetzbar. Natürlich, er fühlt sich am besten auf der linken Außenbahn, deswegen komme ich auch zu der, ja, zu dem Schluss, dass er nicht die Konkurrenz für Yatta sein soll, sondern eher für einen Dompeh, für einen Öztunali, ja, weil das einfach ihre, ihre Bahn ist. Yatta ist also so gut wie es geht, eigentlich safe im Weitersystem noch drinne. Er wird auch noch im Verlauf des Tages seinen Medizincheck eben absolvieren und dann wird er zum HSV festwechseln bis zum Saisonende und ich denke mal, da wird eine Kaufoption auf jeden Fall dabei sein, denn Augsburg hat glaube ich, ja, keine Ideen mehr für diesen Spieler, also sie setzen ihn ja auch nicht mehr ein. Und der HSV, wenn es wirklich gut klappt, dann sollte man ihn ja auch fest verpflichten können und ich denke mal, da sein Marktwert so bei zwei Millionen liegt, ich denke mal so bei einer Millionen Kaufoption könnte man nicht Nein sagen. Das wäre eine Win-Win-Challenge für den Spieler, für unseren Verein, für Augsburg vielleicht nicht, wenn er gut spielt und ja, ich freue mich einfach auf eine Verstärkung. Ich hatte den gar nicht auf dem Zettel, aber ich bin dankbar, was ich bekomme, aber wie seht ihr den Transfer? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, man muss wirklich vorsichtig sein, denn er war zuletzt sehr, sehr verletzungsanfällig, ist abgestiegen mit Bielefeld und ja, das zermürbt natürlich auch ein bisschen das Gemüt, wenn er eben gerade erst abgestiegen ist mit seiner Mannschaft, dann zu einem neuen Klub wechselt, da überhaupt gar nichts geht. Also ich meine, er hat zwei Spiele wirklich für Augsburg absolviert, mehr nicht und das könnte schon ein bisschen, ja, das Selbstvertrauen ein bisschen schwächeln und gerade beim HSV brauchst du Selbstvertrauen. Deswegen, ah, ich bin gemischt. Ich hoffe einfach, es wird gut gehen. Ich hoffe einfach, der wird auf jeden Fall eine Verstärkung werden und er kennt ja auch die zweite Bundesliga. Von daher sollte es auch kein Problem sein. Also schreibt es gerne in die Kommentare, wie findet ihr dieser Leihwechsel zum HSV? Gerne in die Kommentare damit, gebt dem Video gerne ein Like und ein Abo. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.